Das ist doch auch schön. Wenn ein Twitch-Zuschauer sich dafür bedankt, dass man ihn nicht aus dem Live-Streaming kickt, oder? Ja, das ist doch schon zu wert. Haau-dee, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront. In diesem Video ein bisschen PvP, zusammen mit Robli und TheGötzler. Viel Spaß dabei. Okay, Leute, denkt dran. Wir wissen genau, einer von uns später war jetzt keine Namen, dann wird mal wieder sich den, ja, den Falken schnappen, ne? Oder den Slave One, genau. Ah, den Falken, die schnappen, ne? Und, äh, genau, den müssen wir dann verteidigen. Das ist, glaub ich, dann ist die Play. Ja, jetzt geht's los. Es läuft anscheinend schon, aber ist egal. Da steht schon 8-1. Bitte, bitte, bitte. Der schreibt gerade, ich soll ihn rauskicken, aber die Übertragung klappt, also du darfst, äh, du darfst gerne bleiben. Ja, nicht funktioniert alles. Das ist auch nur ein Scherz, ich habe das verstanden. Ich, dass der einzig Zuschauer, der du hast, jetzt rausgeht. Das ist aber den Witz nicht versteht. So, wir haben hier, hier haben wir, wer denn hier? Ne, den haben wir nicht. Der grüne ist Roleon, äh, Robli. Hallo. Ja, guckst du, ich sitze im Necken. Wenn ich meinen Namen ändern könnte bei Play. Ich würde 10 Euro dafür bezahlen, ohne Scheiß. Oh, ich habe mich beschossen. Ich bin tot. Ich rechne dich. What the fuck. Ich rechne dich. Ich habe ihn, ich habe ihn. Nein, Rufe. Alter. Geht er gut los? Ja, das geht echt gut los. Ne, Götzler, wo bist du ein bisschen wieder tot? Nein, nein. Warum bist du der? Nein, nein, nein. Warum bist du nicht? Der grüne ist Orgli, der gelbe ist der Götzler. Ich komme jetzt mal zu euch geflogen. Kannst du euch bleiben könntet ihr? Vor allem kann man der Götzler hinterher fliegen, weil der weiß ja immer, wo der Millennium Falke ist. Dann können wir das auch nicht und dann können wir den abstauben. Ah, ich habe geschossen. Hinter uns ein Gegner, Vorsicht. Ja, ich habe einen Fall, ich fliege hier schon rum bei uns. ist auch schön wenn ein twitch zuschauer sich dafür bedankt dass man ihn nicht aus der aus der ersten kicker ist das schwarze ich habe leider den weg die mission läuft auch ganze 40 sekunden sehr schön ja leuchtet richtig sehr richtig fluffig latent überfordert sogar mal ich wollte einfach mal ruble direkt so ein dicker vor mir genau das gibt es nicht ich habe wirklich wir haben vorhin gespielt ich glaube da bin ich recht gut gewesen von der kd jetzt versage ich die ganze zeit weißt du wo alles sehen können die ganze welt schauen wir zu das war eine team leistung und sterbe ich muss auch darauf achten dass man bei so ein bisschen bleibt dass man sich eben wirklich gegenseitig dann rückendeckung geben kann ich gehe mal hier so ein bisschen die kai das ist ja sehr sehr anspruchsvoll ich bin fast weg und der nächste da ist eine kai egal muss auch mal glauben ich bin weg zu spät wo bist du jetzt ist nicht mehr meine zeit der gelbe da oben alles klar ich komme zu euch du solltest du immer so unseren halbigen so wer du hast mir abgeschüttelt sehr gut durch versuchen wir nicht dass wir euch noch nicht versorgen zu kriegen wo kommen wir jetzt her so wir wechseln darüber auf den ewing vielleicht für das jetzt bessere ergebnisse ich habe noch ein gekillt session hatte so lange geht jetzt habe ich zwei kids gemacht es ist funktioniert davon geht aber zu sich was ich kann da passen sich das ding verteidigen es ist tot verdammt das ist ein schwerer rückenschlag das ist eine freunde ganz alleine ich brauche ich frau zu dir muss auch umgeben von diesem pass auf aber ich kriegte ich noch das imperiale abschau kommen wir schon wieder her wir holen uns auch für die revolution schieß schieß das muss kai ok na gut aber die kann auch teilweise echt nirgendert ich auch gerade eben verfolgt der eine ich sehe aber irgendwie sau weniger das ist in dieser pfeil was heißt das mit den teilen noch mal die zeit sind kürzer ich habe gerade den millennium falken aufgesammelt und hat mein schiff geschrottet das hat sich bitte das wäre gewonnen für mich gewesen ja ich will mich gar nicht sehen ich war so schlecht das glaubst du nicht bei jungs was war das eigentlich mit was das haben wir hier los und ist doch einmal gut er hat vor mir ist das ist ein geschluggen und schrift scherz natürlich über das unser pro spieler ja also ach ja